hallo herzlich willkommen zu einem neuen video und heute stellen wir uns noch mal vor falls ihr uns nicht kennt ich bin melinda wer bist du ich bin ich melinda ich heiße david und wir waren 15 monate auf einer welt reise und jetzt sind wir hier im schönen Wolfsburg gehört zu deutschland wir waren in 15 ländern glaube ich unterwegs wir haben alles verkauft vor über einem jahr und sind nur mit zwei rucksäcken in die große welt gezogen die ersten sechs monate überwiegend getrampt die anderen sechs monate überwiegend mit zug und bus durch die länder gefahren und die letzten monate mit einem camper werden durch australien und dann sind wir von australien nach deutschland in einem wisch geflogen und weil uns das so gut gefallen hat mit dem camper wenn durch australien zu reisen haben wir uns einen gekauft und den baum wird aus auf den punkt gebracht ja warum lang schnacken warum lang schnacken ja und darum geht es jetzt auch in der nächsten zeit wir bauen jetzt einen camper um wir haben uns ein vw lt über 30 gehört gehört geholt und der wird ausgebaut zu einem camper da kommt ein bett rein da kommt eine küche rein eine sitzbank genau und wenn du bock drauf hast wie sowas dann aussehen wird dann bist du hier genau richtig ja also wir haben handwerklich mega viel erfahrung und wenn es dir auch so geht oder wenn du einfach spaß daran hast zwei greenhorns beim handwerken rumzugucken rumzugucken wie sagt man das zuzuschauen zuzuschauen ja doch das sagt man ja dann bleibt doch einfach dran schon so einschalten ja einfach abonnieren auf die glocke drücken und dann gibt es ein paar lustige videos und paar interessante videos wie wir aus diesem werden aus diesem nackten werden wo wirklich gar nichts drin ist ein gemütliches kleines häuschen machen ein häuschen auf unsere wohnung ok ich glaube das war es jetzt weil sonst wird es zu langweilig dann sehen wir uns im nächsten video da reißen wir nämlich die trennwand raus und ja fangen dann schon mal an alles da weg zu machen im nächsten video ist das ein eigenes video wie wir uns vorstellen kann dann gar nicht das ist so ja das ist nur so ein vorstellungsvideo überraschung das war es auch schon diesmal ganz kurz und knapp also bleibt dran ach so natürlich gibt es auch noch weiterhin ein paar videos von der weltreise wie australien und ja auch noch paar andere videos aber die kommen jetzt immer so zwischendurch sonst verlieren wir die aktualität aber das nochmal so ganz zum schluss oder so machen wir das ja das seht ihr dann genau so wie wir nicht um war war Ciao